Meine Freunde, seit jeher ist die häufigste Frage von euch an mich, wie kann man Instagram-Accounts zurückhacken oder wie kann man sie hacken und mein Instagram-Account wurde gehackt, was kann ich tun und diese Frage will ich heute mit euch klären, denn ja, wie gesagt, das ist der European Cyber Security Month, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es wahrscheinlich nie, also jetzt ein Guide, was ihr tun könnt, damit euer Instagram nicht gehackt wird und ja, wie Hacker das eigentlich mit euch machen. Haltet euch fest, es wird anders sein als erwartet, denn Hacker, naja, die knacken nicht einfach eure Logins, eure Passwörter, sondern im Endeffekt seid ihr selbst schuld. Habt ihr jemals eine Nachricht auf Instagram bekommen, wie zum Beispiel, hi, so ein Account hat deine Bilder geklaut und bei sich hochgeladen. Als ich nachgefragt habe, wurde ich einfach blockiert, aber man kann das Profil hier sehen und dann einen Link. Habt ihr schon mal eine Nachricht bekommen, wie, hallo, so ein Account klaut deine Bilder irgendwie, als ich nachgefragt habe, wurde ich einfach blockiert oder OMG, da ist so eine Pornoseite mit Bildern von dir. Du musst dich, glaube ich, registrieren, damit du das Profil da sehen kannst. Also solche Sachen kriege ich tatsächlich häufig mal zugeschickt und das ist auch geil. Schickt mir bitte solche Sachen weiter zu, denn dann kann ich so ein Awareness-Video dazu machen und euch davor warnen. Denn diese Links, die da hinten dran natürlich immer geschickt werden, die sind absolut Fake, ja. Die sind nicht echt, das sind keine Instagram-Links. Das sind Links, die euch auf eine Phishing-Seite verweisen sozusagen und die nur so aussehen, als wären sie Instagrams. Dazu jetzt ganz kurz, wie das eigentlich gemacht wird. Es ist nämlich super, super leicht, so eine Phishing-Seite zu erstellen. Und da gibt es auch einen Haufen Tools dazu, zum Beispiel hier Shellfish. Das ist einfach nur eins von vielen Tools, das ich jetzt hier mal rausgesaugt habe sozusagen, beziehungsweise, das ich auch schon mal im Einsatz gesehen habe. Und ja, einfach hier runterladen, einfach die ZIP runterladen, hier einfach Download ZIP machen. Dann bekommt ihr eine ZIP-Datei, die ihr nicht so findet, weil Kali mal wieder spinnt. Dann hier einfach den Ordner aufmachen, rechtsklick, hier extrahieren, also Extract hier. Dann habt ihr hier einen Ordner und dort ist eigentlich alles schon dabei, was ihr braucht. Und anschließend geht ihr hier einfach ins Terminal, also Open Terminal hier. Und ja, das ist das hier. Und hier können wir einfach eingeben, Bash und ja, wie hieß das Ding? Shellfish.sh. So, und jetzt können wir hier schon eingeben, wir wollen Instagram fischen, wir wollen Facebook fischen, wir wollen Snapchat, Twitter, GitHub oder Google. Ihr könnt mir übrigens auch gerne mal auf Instagram und Twitter folgen, wo wir gerade schon dabei sind. Und GitHub könnt ihr natürlich auch gerne machen. Snapchat und, ja gut, Google ist halt Google, ne? Also ich meine, ihr folgt mir ja schon auf YouTube. So, also wir wollen hier Instagram fischen, also geben wir hier eine 1 ein. Bei euch wird es da wahrscheinlich noch irgendwas runterladen, wahrscheinlich wird es Ngrok runterladen. Und ja, das dauert jetzt ein kleines bisschen. Das dauert nicht allzu lange. Nicht allzu lange. Jetzt sind wir fertig. So, und dann haben wir hier schon ein Ngrok HTTP 3333. Das ist tatsächlich schon die Angreiferseite. Das heißt, wenn wir hier reingehen und Localhost 0.3333 öffnen, sehen wir hier ein Instagram. Und das sieht super, super echt aus, ja? Also das heißt, es sieht wirklich so aus, als wäre das das originale Instagram. Und wenn ihr das Ganze im Browser auf eurer Mobilseite aufmacht, also quasi im mobilen Browser aufmacht, dann sieht das wahnsinnig echt aus. Es sieht so aus, als wäre es das echte Instagram. So, jetzt ist natürlich der große Punkt hier. Hier vorne steht Localhost 0.3333. Und ich kann verstehen, dass die meisten Leute hier wahrscheinlich stutzig werden und sagen, hey, das ist doch nicht Instagram hier. Obwohl das Logo stimmt, obwohl natürlich die Seite stimmt und so weiter und so fort. Wenn man das ganze Ding aber zum Beispiel als Docker-Container auf einem Server laufen lässt, und dem Server gibt man einfach die Domain instagram.wewillhackyou.com, ja? Dann fällt bei den meisten irgendwie schon bei Instagram. irgendwie die Alarmglocke weg und man denkt sich, oh wow, das ist ja super, super legitim, egal was danach steht. Und ja, dann wird man auch relativ schnell gehackt. Das heißt, was ihr machen müsst, ist natürlich hier auf die Adresszeile zu achten und hier zu merken, Mensch, das ist nicht Instagram. Das ist fake, ja? Das ist nicht echt. Außer hier steht natürlich Instagram.com. So, aber ansonsten funktioniert das natürlich nicht. Und ihr seht, beim echten Instagram gibt es nicht mal die Login.html. Da werdet ihr einfach direkt auf die Startseite beigeleitet. Es sieht ein kleines bisschen anders aus. Und ihr müsst hier Cookies akzeptieren und so weiter und so fort. Aber ja, es sieht zum Verwechseln ähnlich. Und ihr seht hier, es geht sehr, sehr schnell, okay? Es geht wirklich super schnell, dass man so eine Webseite öffnet. So, natürlich, wenn jemand dort seine Logindaten eingibt, dann kriegt natürlich der Hacker die sofort und kann sich damit dann in euer Instagram-Account einloggen und ja, kann alles machen, was er möchte. So, was machen diese Hacker dann mit euren Accounts? Naja, es gibt im Endeffekt zwei Methoden, um Social-Media-Accounts zu übernehmen. Und ja, die eine ist ein bisschen obvious, die andere ist halt nicht ganz so obvious. Und zwar, die erste nennen wir jetzt einfach mal Ninja-Mode, ja. Der Ninja-Mode ist quasi, derjenige hat Zugriff auf euren Account und zwar komplett. Und ja, ihr wisst überhaupt nichts darüber. Der kann sich einloggen in eurem Namen, der kann alles lesen, was ihr lest. Er kann im Zweifel sogar irgendwie eingreifen und Sachen verschicken. Er kann Bilder posten und so weiter und so fort. Aber im Normalfall wird er eher darauf aus sein, euch abzuhören, ja. Private Informationen von euch zu bekommen und euch dann zum Beispiel damit zu erpressen oder euch anderweitig noch besser zu fischen. Also zum Beispiel zu sagen, hey, ich habe mitbekommen, du suchst, I don't know, du suchst ein neues Auto. Ich habe hier etwas und dann verweist ihr euch halt quasi auf den Link und so weiter und so fort. Also da kann er oder sich als Freund ausgeben oder, oder, oder. So macht man, also machen Hacker das teilweise, wenn sie anonym bleiben wollen beziehungsweise wenn sie euren Account nicht gegen euch verwenden wollen, sondern wenn sie einfach quasi mehr Informationen über euch haben wollen. Das nennt sich der Ninja-Mode. Der zweite Mode ist der etwas angriffslustigere Modus und nennt sich Owning-Mode, ja. Owning-Mode bedeutet, der Hacker ändert a. die E-Mail-Adresse und b. das Passwort, so dass nur noch der Hacker sich einloggen kann und ihr quasi aus eurem eigenen Account rausgeschmissen werdet und ist tatsächlich sogar in vielen Fällen die häufigere Variante. Da kann man natürlich dann relativ schnell sowas machen, wie es zum Beispiel bei Twitter passiert ist, dass einfach jemand postet, ey, überweis hier so und so viel Bitcoin hin. Und das hat dann Joe Biden und Barack Obama und, I don't know, Elon Musk und so weiter und so fort. Viele Leute haben das gepostet, viele Leute mit sehr vielen Followern auf Twitter haben das gepostet, hat sich im Nachhinein rausgestellt, dass es natürlich nur ein Hacker war und, ja, der hat dann wirklich sehr, sehr viele Bitcoin abgegriffen von Leuten, die den Menschen vertraut haben mit den vielen Followern, also zum Beispiel Elon Musk und so weiter. Und, ja, die haben ihr Geld natürlich nicht mehr so leicht wiederbekommen. Der Hacker wurde gefasst, das ist eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall, das kann man natürlich damit machen. Oder man kann einfach die Follower irgendwie dazu bringen, einen anderen Account, den der Hacker halt besitzt, zum Beispiel zu followen. Und das ist natürlich dann, ja, ist natürlich Werbung quasi für den Hacker. Aber es ist meistens nicht ganz so effizient, außer man will irgendwie die Leute erpressen. Das gibt es natürlich auch, also dass ihr dann erpresst werdet. Hey, ich gebe dir deinen Instagram-Account zurück, wenn du mir 100 Euro überweist oder sowas. All diese Dinge sind natürlich möglich. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was kann man dagegen tun? Also erst mal, was kann ich dagegen aktiv oder präventiv tun? Und was kann ich tun, reaktiv, falls es schon passiert ist? Bei solchen Webseiten bekommen die Instagram-Hacker oder die Hacker, die euch da versuchen zu phischen, bekommen eventuell sogar schon Daten über euch, bevor ihr überhaupt da wirklich eure Login-Daten eingebt. Das heißt, Hacker können teilweise vielleicht auch einfach an eurer IP-Adresse interessiert sein, um dann vielleicht mehr Informationen über euch rauszufinden oder euch anderweitig anzugreifen. Hacker können eventuell sogar damit, naja, es ist unwahrscheinlich, aber je nachdem, wie angreifbar gewisse Sachen sind, je nachdem, was es für eine Webseite ist, es muss ja nicht unbedingt Instagram sein, können sie darüber tatsächlich eure Cookies klauen und sich dann auch schon einfach, indem ihr auf die Webseite draufklickt, einloggen in eurem Namen. Das heißt, bitte, bitte auf gar keinen Fall auf solche Links klicken. Aber es kann natürlich immer mal wieder vorkommen, dass ihr auf so einen Link klickt und dass ihr vielleicht sogar eure Daten dort eingebt, weil ihr es eben nicht gesehen habt. Und deswegen ist jetzt natürlich die große Preisfrage, wie zur Hölle kann ich mich eigentlich schützen vor solchen Angriffen? Und wie kann ich sowas machen, ohne dass ich immer mein Brain brauche? Denn ich weiß, manche von euch werden hin und wieder einfach mal müde sein oder einfach mal nicht ganz zurechnungsfähig sein, okay? Und ja, dann wollen wir natürlich klären, wie das trotzdem sicher sein kann. Und es gibt tatsächlich Möglichkeiten, das zu tun. Und die Antwort ist hier ganz einfach und nein, ich meine jetzt nicht Passwörter, die ihr euch nicht mehr merken könnt, sondern Zwei-Faktor-Authentifizierung. Einfach, oder? Es gibt bei Instagram und bei quasi jeder Webseite Zwei-Faktor-Authentifizierung mittlerweile. Denn ja, das ist quasi ein zweiter Faktor. Das heißt, ihr braucht irgendwas, was ihr zusätzlich noch macht. Irgendwie zum Beispiel, ihr müsst auf eine E-Mail, ihr bekommt eine E-Mail zugeschickt und müsst da auf Ja klicken. Oder ihr habt tatsächlich euer Handy und habt dort eine zweite App. Meistens der Google Authenticator oder ähnliche Dinge. Und da wird ein weiterer Code generiert. Oder ihr habt tatsächlich was Hardware-basiertes, dazu kommt auch noch ein Video. Und dort habt ihr tatsächlich die Möglichkeit dann, diesen Code, der wird quasi alle 30 Sekunden zum Beispiel neu generiert. Und ihr könnt dann diesen Code eingeben und erst dann werdet ihr eingeloggt. Das heißt, ein Passwort alleine reicht nicht als Einlog-Verfahren. Das heißt, selbst wenn der Hacker euer Passwort hat, who cares? Er kann sich damit nicht einloggen, er kann damit nichts machen. Was man hier auch nicht vergessen darf ist, bitte verbindet niemals irgendwelche Apps, denen ihr nicht 100% vertraut, mit YouTube. Da gab es zum Beispiel, oder mit anderen Social-Media-Accounts, da gab es zum Beispiel einen sehr, sehr prominenten Vorfall, den viele Hacker ausgenutzt haben und der auch wirklich viral gegangen ist quasi schon fast, der aber eigentlich recht billig war. Das heißt, da gab es eine Schwachstelle in einer Streaming-Software und diese Streaming-Software hat natürlich Zugriff auf den YouTube-Account. So, und diese Streaming-Software hatte eine Schwachstelle. Das heißt, die Hacker haben quasi die Streaming-Software übernommen und sind dann auf den YouTube-Account des Opfers gekommen, weil die verknüpft waren miteinander, weil derjenige quasi eingerichtet hatte, dass er machen kann, was er möchte. Und ja, dann kann man natürlich in den Stream reinmachen, was man möchte. Man kann den YouTube-Account teilweise übernehmen, je nachdem, wie viele Berechtigungen das Ding erfordert. Das heißt, seid vorsichtig, welche Apps ihr eigentlich mit euren Konten verbindet, weil die können tatsächlich Sachen tun, die sie eigentlich vielleicht nicht tun sollten. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, was kann ich tun, wenn es schon passiert ist? Was kann ich tun, wenn ich schon gehackt wurde? Und ja, diese Frage ist relativ einfach. Ihr werdet nicht in der Lage sein, euren Account zurückzuhacken, wenn der Hacker das Passwort geändert hat, weil ihr natürlich, also weil Hacker natürlich Ahnung haben von sicheren Accounts und dann haben die zwei Faktoren und so weiter und so fort. Das heißt, bitte fragt mich gar nicht, ob ich eure Accounts zurückhacken kann. Ich mache da definitiv nichts, weil das ist natürlich auch illegal, sondern ihr müsst Folgendes tun. Schreibt dem Support von Instagram, schreibt dem Support von dem Social Media Team, das da irgendwie dahinter steht, falls es nicht Instagram ist und schreibt dem und sagt dem, bitte setzt meinen Account einfach zurück auf von vor zwei Wochen. Das setzt natürlich voraus, dass ihr mitkriegt, wenn euer Account gehackt wird und ja, dass ihr Kontakt zu dem Support aufnehmen könnt. Setzt euch mit dem Support in Verbindung und die müssen sowas eigentlich machen, weil die sind populär. Ja, diese Webseiten sind ja nicht klein, okay? Die haben solche Vorfälle häufig. User sind einfach teilweise nicht gut genug ausgebildet für sowas. Und das bedeutet, ihr könnt im Normalfall euren Account zurücksetzen und dann ist natürlich ganz wichtig, sofort Passwort ändern, sofort auch alle Passwörter ändern, wo, also wenn ihr quasi das Passwort irgendwo anders noch verwendet habt, sofort dort auch die Passwörter verändern und natürlich überall zwei Faktor-Authentifizierung anschalten, um das Ganze in Zukunft zu verhindern. So, und ja, das sind so die wichtigsten Tipps dazu. Wenn ihr noch irgendwie eine Telefonnummer hinterlegt hattet früher mal, dann sieht Instagram das auch. Also der Support von Instagram kann sehen, welche E-Mail-Adresse da hinterlegt war und wann die geändert wurde. Normalerweise, wenn, also Instagram jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber Webseiten wie YouTube sehen zum Beispiel auch, woher der Einlog-Versuch kommt. Das heißt, wenn der Angreifer nicht auch noch weiß, woher ihr eigentlich kommt, da kommt die IP-Adresse wieder ins Spiel, dann kann man da relativ schnell eigentlich sagen, okay, das war ein Angreifer. Während wenn der Angreifer natürlich die IP-Adresse von euch gespeichert hat, dann kann er nachgucken, woher kommt die und dann kann er sich da hin VPN oder ein Proxy holen und dann ist das leider auch wieder hinfällig. Das heißt, da gibt es Angreifer, Mittel und Wege, sage ich jetzt mal. Aber, wie gesagt, man sieht trotzdem im Support, welche E-Mail-Adresse da hinterlegt war, welche Telefonnummer hinterlegt war und kann das in den meisten Fällen eigentlich zurücksetzen. Gut, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr konntet was draus mitnehmen und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.